Du darfst gleich fahren. Thomas, schau. Du hingehst du? Dann filmen wir. Geht schon? Oje, weil die Höhe war dann... Du musst aber landen, die hat die Kamera nicht da hingeschaltet. Wurde langsam mal nicht bei der Fliegerprüfung, gell? Wurde langsam mal nicht bei der Fliegerprüfung, gell? Ja. Ach, das ist aber ein kleiner Teil. Das ist ein kleiner Mann, den wir abwarten. Genau. Ach so, ein bisschen. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Aber wir haben ja immerhin schon einen Testflug gemacht, das heißt die hebt ab. Das wissen wir schon jetzt. Am Anfang. Soll ich, du gehst, du gehst. Und du gehst, ja. Das ist für das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020